Musik Oh, Rudolf, war das eine schöne Nacht? Wie gut, dass meine beiden Schwestern nicht da sind. Oh, ja. Ich habe mir überlegt, dich in mein Testament aufzunehmen. Wirklich? Oh, wie wunderbar. Oh, Rudolf, war das eine schöne Nacht. Wie gut, dass meine beiden Schwestern nicht da sind. Oh, ja. Ich habe mir überlegt, dich in mein Testament aufzunehmen. Wirklich? Ja, Mensch. Oh, Rudolf, war das eine schöne Nacht. Gut, dass meine beiden Schwestern nicht da sind. Ja. Ich habe mir überlegt, dich in mein Testament aufzunehmen. Wirklich? Toll. Was? Du bekommst mein Erbe und sagst toll? Ich meinte toll. Super. Geld. Hör mal zu, Schatz. Dann, Schatz, kannst du dir sonst wohin? Du ... Jetzt warte doch mal, Charlotte. Tschüss.